Ok, gut, wir sind jetzt schon halb in der Map drin gewesen, deswegen bin ich auch gerade im Pausenmenü drin, weil das nicht von alleine ist, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Alter, oh mein Gott. Alter, wo wache ich jetzt schon wieder auf? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ey, top, wirklich. Mein Melkers-Team. Gucke ich gleich mal, ob die noch was Geiles haben. Dann wird es eine Folge mit Überlänge. Sorry, vielen, vielen Dank für die Story. Kiel, Maxo 06, Foleros, Level Design, Foleros, Maxo 06, Kiel und Bullix, Deluxe, Foleros, Translation, Bullix, The Redstone Scientist, Animations, Kiel und Maxo 06, Systems, Maxo 06, Build, Bullix, Decoration, Bullix, Kiel, Maxo 06, Random Things, DesaWu, 3D Models von Kiel und Maxo 06, Texture, Maxo 06, Kiel, Green Linux, TRL1, Trailer, Green Lux, Sound Design, Maxo 06, L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Okay, ich komme nicht mehr in der. Aber ihr könnt es ja einfach selber lesen. Wirklich finde ich enorm krass, was diese Boys, dieses Team, diese Frauen alles geschaffen haben. Grüße geht auf jeden Fall als gesamtes Team raus. Und wir warten noch ganz kurz den Log-Up, den möchte ich euch eigentlich nicht vorenthalten, denn ey, finde ich echt eine krasse Map. Wirklich krass, die Map. Ja, natürlich, Grüße gehen raus an die Patreons. Wir gucken gleich mal bei eurer Webseite vorbei, versprochen. Oh mein Gott, das Ding ist jetzt sogar eine Reset-Funktion. Und, okay Leute, würde ich sagen, gucken wir jetzt mal ganz kurz bei den Erstellern vorbei. Dann machen wir da aus dem Einzelnen nochmal kurz einen Endpart. Und, ja, würde ich sagen, Bildschirmaufnahme, ihr müsst ja eigentlich jetzt alles sehen können, was ich sehe. Genau. Schalker Rush 2, Maker Wars. Hier late vor allem. Alter, Ehre geht euch raus. Team. Alter. Ihr habt, richtig Grüße gehen raus an euch. Das hier sieht geil aus. Crafty Monkeys. Oh mein Gott, die gibt es sogar für die 1.15. Weil, wenn man gäbe es, hätte es die auch für die 1.15 gegeben. Okay, gut. Uff, kein Plan, welche Dinge ich mir jetzt runtergeladen habe. Ob die censored oder die unsensored. Keine Ahnung, ich habe es mir leider nicht da runtergeladen. Aber folgt ihn gerne auf Twitter, genauso wie mir. Join gerne auf den Disco-Sort, genauso wie bei mir. Schaut gerne bei der Webseite, welche wir jetzt auf jeden Fall verlinken. Und, oh mein Gott, die haben ja ultra... Alter, haben die viele Maps. Und ja. Ich würde sagen, nochmal mit einer ganz, ganz kurzen Abschlussfolge hier. By the way, eigentlich könnte ich nochmal in Minecraft reingehen. Spielaufnahme. Zack, jetzt solltet ihr eigentlich... Genau. Okay, schaut gerne mal, wenn wir bei Donner durch auch selber die Map late. Gerüße gehen raus. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal... Ah, Mann. Dann muss ich mal ganz kurz dieses... GUI Enablen. Label-Mod-Einstellungen. In-Game. Mache ich die mal ganz kurz aus. So. Alle Änderungen speichern. Screenshot. Damit ich auch ein bisschen was zu lassen habe. Ich habe alles und... Wie oft habe ich jetzt schon gesagt, schaut bei denen vorbei. Aber ja. Aktive ich nochmal ganz kurz meine Label-Mod-Benutzeroberfläche. Und ja. Würde ich sagen. Macht's gut. Das war eine kurze, kurze Folge von wenigen Minuten. Von vier Minuten. Und ja. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Falls ihr neu seid. Können wir einfach gerne nochmal draufdrücken. Und ja. Ihr seht alles, was ihr tun sollt am besten. Die drei magischen Dinge, die ihr bitteschön tut. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Kurzes Video. Leider aber. Egal. Ciao. Leute. Ciao.